Wo haben wir eigentlich den Hundezwinger? Der müsste doch auch hier. Kann wo sein. Natürlich. Wovor brauche ich denn bitte Tunnelbauer? Kann mir das einer mal? Feuern die schon? Oh, die feuern schon. Ist das cool. Oh, ich bräuchte eine Info über diese Mange, was die kann. Was die macht, klar. Der schießt auf alles, was sich bewegt. Wo sind denn meine... Hatte ich hier nicht irgendwo... Mein Bogen ist euer. Bogenschützen, wo hast du geschickt? Mein Herr? Oh, da sind Ritter, okay. Ah, da sind meine Bogenschützen. Die, die ich hier noch losgeschickt hatte. Ich hoffe mal, da können die schon frühzeitig angreifen. Aber da sind die Apotheke. Hier, wenn die Apotheke nichts braucht. Oh, da braucht die Apotheke... Moment, braucht die Apotheke was? Ich sollte vielleicht noch eins, zwei Mauern bauen, um die Jungs dementsprechend abzulenken oder in ihre Wege zu leiten. Vielleicht so einen schönen Bogen oder so, wer weiß. Moment, wie viel Holz habe ich noch? Oh, ich habe noch genug Holz. Dann würde ich sagen, wenn der Käsemann da raus ist, machen wir das mal so. Auch wenn das jetzt ein bisschen unglücklich und im Weg ist, wird das jetzt nicht unbedingt der Weltuntergang sein. Jetzt habe ich es natürlich unglücklich gemacht, da mit dem Tor. Die Kombination funktioniert aber auch schön. Da kommt schon ihr Bogenschützen. Schön aggro... Bin zur Stelle! Aggressiv und... Den kriegt ihr auch noch da hoch. Ich hoffe, ihr habt... Ich hoffe, die nächsten Pfeile, die ich sehe, werden Feuerpfeile. Ja, sehr schön. Die Jungs sehen natürlich mal wieder nichts. Da hoch, die zwei. Was habe ich denn hier? Vier Mann, okay. Unser Werkzeug ist bereit. Gebt uns eine Aufgabe. Einen. Wie können wir helfen? Ich bin ein Gestank! So. Euer Gnaden? Ihr Fiehens geht noch da hin. Das stinkt vielleicht! Und hier sehe ich gerade noch Armbruchsschützen. Die gehen auch noch da hin. War irgendwie was... Bogenschützen bereit! Oh. Ähm. Das ist natürlich interessant. Wo wollen die hin? Machen die jetzt echt meinen... Was sind das denn für Blödmänner? Was soll konstruiert werden? Bogenschützen hier rauf. Bogenschützen... Mein Bogen ist euer! Bogenschützen noch auch hier rauf. Und... Mein Herr? Nee. Eure Befehle? Hier... Hier angreifen. Keine Ahnung. Ziel im Visier! Okay, weiter kommen sie wohl nicht. Bin zur Stelle! Eine Pause tut gut. Verdammt. Ja! Wollte ich mich verkohlen? Bogenschützen bereit! Nein! Nein, 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 nein. Ach. Was? Brauche ich da eben nur Ballisten hin? Äh. Das habe ich natürlich aufgelöst. Das war natürlich jetzt ganz genial. So, und um nochmal auf Nummer sicher zu gehen, brauche ich da vorne noch einen Kohlentopf hin da. Okay. Damit da vielleicht noch ein paar mehr rauskommen. So, jetzt brauche ich... Euer Gnaden? ... wieder vier davon. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Das Volk liebt euch, mein Lord. Überfüllung, ja, das hatte ich. Alter. Ist das uncool. Wo haben wir denn unsere... Mein Bogen ist euer! Was ist das? Mein Baumeister? Belagerungsgeräte bemannt! Ähm. Hatte ich nicht... Was wünscht ihr? Vier bestellt. Okay, Moment. Der gehört auch noch zu denen, die keine Aufgabe haben. Unser Werkzeug ist bereit. Belagerungsgeräte bemannt. Ansonsten? Gebt uns eine Aufgabe! Nein, 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 nein. Nicht die schöne Kirche, die ich da gerade gebaut habe. Die war schön teuer. Mist, ich wusste, ich hätte es jetzt zumachen sollen. Nächste Mal. Nächste Mal baue ich einfach hier so ein... Okay, Moment. Ähm. So, machen wir es einfach so, dass wir das Ding komplett neu starten. Dann... Fangen wir an. Ah, da gibt es immer noch das Problem, dass ich ja nicht bis zu einem gewissen Punkt nicht daran kann. Genau. So, okay. Machen wir es so. Dann... Weiter so. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir... Irgendwie... Das ist die Ecke da noch. Da haben wir sie doch zu. Schön. Und... Dann gehen wir hier auch noch... So ein Stück weiter. Ich hoffe, das haut hin. Wie können wir helfen? Gut. Pechbottich wird bemannt. Na dann. Okay, wir hatten gebaut. Große Türme hier. Um die... Äh... Unsere Gegner aufzuhalten. Hm. Wieso eigentlich nicht? Hier noch einen hin. Hier noch einen hin. Euer Gnaden! Drei, vier, fünf, sechs Stück brauche ich dafür, ja. Jetzt brauche ich natürlich noch Mauer. Und auch hier eine Mauer. Und eine Treppe. Gut. Kommt mal schon mal auf die Türme rauf. Dann baue ich da rauf. Nur Ballisten? Ja, nur Ballisten. So, den Pechkessel habe ich schon. Gut, die zwei. Euer Gnaden? Geht dann hier hoch. Heiß wie die Hölle. Eine Botschaft des Wolfs. Ich werde euch töten. Euch und eure Männer. Mach mal. Okay, dann baue ich hier noch eine schöne Kathedrale hin. Ach so, ähm... Natürlich. Ich brauche ja noch einen Eingang. Vielleicht eine Hölsternis... Türchen? Schön. Da können auch... Äh... die drei... Waffen geschultert! Ampelschützen können da drauf. Bereits eure Lordschaft! Ja, am besten auch noch. Ihr Bodenschützen. Der sieht aus, als wäre er am nächsten an dem Ganzen dran. Okay. Dann haben sie auch alle Feuer für ihre Pfeile. Mangel bereit, Sire! Okay. Ähm... Wo haben wir unser... Da. Bin zur Stelle! Nochmal fünf Leute. Die kommen natürlich dann... Auch hier vorne hin. Vielleicht wieder... Vielleicht da hin. Jetzt muss ich noch... Schnell hier eine Kohlepfanne hinstellen. Wenn das denn... Da, okay. So, nochmal fünf Jungs. Ihr kommt... Sind auf dem Weg. Darauf. Dann haben wir hier... Was wünscht ihr? Belagerungsgeräte bemannt. Genau, hoffentlich. Belagerungsgeräte bemannt. Sechs entsprechende Leute. Belagerungsgeräte. Und was machen wir hier? Hier bauen wir... noch einmal Getreide an. Obst. Natürlich auch noch. Obstfarmen müssen in Tälern errichtet werden. Ist mir schon klar. Deswegen arbeite ich ja gerade da dran. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass da noch eine hingeht. So, dann... Brauchen wir definitiv eine... Mühle. Können wir schönerweise da hinstellen. Sehr dicht da ran. Bäckereien. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ja, gar nicht. Da leuchtet es doch. Okay, da kann ich es dann jetzt nicht mehr platzieren. Okay. Ähm... Habe ich denn jetzt hier eins, zwei... Fünf Stück. Das sollte fürs Erste reichen. Meine Waffenkammer ist natürlich noch leer. Hm. Ist natürlich die Frage, wie kriege ich meine Waffenkammer voll? Ähm... Tja, ich würde mal sagen, am besten mit... Ich spreche in der Ausrüstung. Jetzt ist die Frage, habe ich hier irgendwo Holzfäller? Weil ohne Holzfäller, da wäre zum Beispiel einer der... Ah, okay. Zwei Holzfäller. Aber die bringen mir noch nicht genug Leistung. Ich denke mal... Da muss ich hier noch einen hinbauen, damit die Bäume gefällt werden, auch wenn das jetzt ein bisschen umständlich ist. Die Truppen des Wolfs greifen an. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ja gut, umständlich ist das jetzt nicht unbedingt, aber... Oh, es fehlen noch drei Leute. Sehr interessant. Ähm... Bin zur Stelle! Alles bitte aggressiv. Das heißt, alles angreifen, was ihr seht. Okay, die Ballisten feuern schon. Das ist schon mal gut. Ihr spielt schon seit geraumer Zeit, Sal. Ähm... Das ist die Frage, habe ich schon... Ne, habe ich noch gar nicht. Ich brauche ja erst Holzfäller. Ich brauche ja erst Holz... Keine Holzfäller, Holz brauche ich erst mal. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Noch nicht. Es fehlen ja auch noch die Leute. So, ich hoffe, die ganzen Baumeister werden jetzt hier erledigt. So, dass da nichts draus wird mit dem Katapult, Leiderungsturm oder was auch immer. Komm schon, mach ihn fertig. Also. Nicht im Ernst, ein Triebock. Ja. Das ist natürlich jetzt Pimpel. Das ist natürlich jetzt Pimpel. Ich bin nie wirklich aus. Dank. Musik, W intersection kam.